Für alles, was das Leben auf Lager hat. Der 21. Landforstkirtag findet heuer vom 22. bis 24. März statt und steht ganz im Zeichen der Neueröffnung des Bau- und Gartenmarktes. Es erwartet Sie ein Rahmenprogramm der Spitzenklasse. Supereröffnungsangebote, Baustoffberatungstage, Landmaschinenausstellung, Reifen- und Felgenausstellung, Hubschrauberrundflügel, Kinderschminken, Hupfburg, Klauen, Kleintierschau und vieles mehr. Seien Sie dabei. Wir freuen uns auf Sie. Untertitelung des ZDF, 2020